Was ist mit einem Talib al-Ilm, der müde wird mit dem lernen und der nicht mehr sonderbar motiviert ist weiterzumachen? Man sollte wissen, liebe Geschwister, dass da wo der höchste Lohn steckt, auch die größten Schwierigkeiten stecken. Aber man sollte auch wissen, dass wenn man das trotzdem weiter vollzieht, auch wenn das einem sehr schwer fällt, so ist dein Lohn noch gewaltiger. Und denke immer daran, was Mu'ad ibn Jabal r.a. gesagt hat. Er sagte, al-Ilmu Jihad. Das Wissen oder das Streben nach Wissen ist Jihad. Das heißt, das ist eine gewaltige Belohnung, die auf dich wartet. Und natürlich ist es so, dass man manchmal müde wird. Und hier sollte der Talib al-Ilm, der Streber nach Wissen, sein Wissenserwerb variieren. Zum Beispiel eine Person liest am Tag zum Beispiel sechs Stunden Bücher. Wenn du merkst, du wirst müde und wenn du merkst, es strengt dich sehr an und du hast eigentlich keine richtige Lust mehr, dann variiere das, indem du dann Unterricht gehörst von Gelehrten. Und dieses Variieren, dass du mal liest, mal Unterrichte hörst und mal selber bei Unterrichten da bist, das wird dir bei Ibn Allah Ta'ala eine Vereinfachung geben. Und zwischendurch, und das rate ich jedem, dass er nicht nur das pure Wissen sich anstrebt, er soll auch zwischendurch sich Ermahnung anhören. Das ist sehr wichtig bei Ibn Allah Ta'ala, damit er auch weitermachen kann und die Kraft hat, weiterzumachen. Und Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala.